5. November 2038, 21 Uhr, 42. Ah, wir betreten gerade mit Markus das Haus von Karl. Ah, ja, ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Mir interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen kann. So, schubsen wir ihn mal durch die Gegend. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Na dann, lass uns mal was saufen, ja. Scotch, ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin halt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. So, einmal einschütten. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist ab. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Ähm... Soll ich den mitnehmen? Ich begleite dich. Okay. Warte, dann holen wir dich mal. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf meine Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Bring Leo zum Gehen, okay? So, was haben wir denn für Möglichkeiten hier? Hm, okay. Nicht wirklich viele. Argumentieren, Befehlen, Raten. Befehlen. Hm, darf ich ihn nicht mal ein bisschen hier zusetzen? Du darfst dich nicht wehren, verstanden? Nein. Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf hattest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst nicht zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss für mich selbst entscheiden. Jawohl, wir gehen hoch. So, gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen... ...den Kollegen mal ein bisschen in die Schranken weisen können. So, Kollege, jetzt bist du dran. Oh, stimmt ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpenpilchstück. Lass ihn in Ruhe! Pass auf! Ich mach dich fertig, dann gibt es nur noch mich und Dad. So, Kollege, das war's ja. Ich glaube, ohnehin ist er besser dran. Oh, der ist unglücklich gefallen, anscheinend. Der scheint wohl nicht mehr aufzustehen, mein kleiner Junge. Sie werden dich zerstören, Markus. Du musst jetzt gehen! Verschwinde hier! Verschwinde! Komm, lauf, Junge, lauf! Lauf, Alter, Väter, bleibt doch nicht stehen! Markus! Keine Bewegung! Alter, warum bleibst du denn stehen? Sorry, aber warum haut der nicht ab, ey? Ja, die Polizei hielt Markus für den Angreifer. Schauen wir mal, 46 Prozent. Leo schubsen, 46 Prozent haben das gemacht. Studium mit Kalabau prüfen, okay. Ja, schauen wir weiter. 6. November 2038. 0.41 Uhr. 0.41 Uhr. Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Der hat wohl keinen Bock, mit ihm zu reden. Wir verschwinden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Ja, dann zeigen wir nochmal unsere Fähigkeiten, würde ich sagen. Er Zwingereingeständnis. Okay. So, was haben wir hier für Möglichkeiten? Okay. Das hilft uns nicht. Da liegt auf jeden Fall ein Akte, was ich so gesehen hatte. Sonst haben wir hier nichts mehr. So, wollen wir mal schauen. So, Blut von dem Kollegen dran. Hinweise auf Software-Instabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Okay, ist er dann auch so ein Angebot. Brandflecken wiederholte Markierung über 16 Monate ervorsacht durch Zigaretten. Ei, der hatte aber schon ganz was durchgemacht hier. Dann auch so. Schlagspur, nicht Katastrophe 2 Schaden. Verursacht durch Baseball-Schläger. Okay. Okay, haben wir alles? Schauen wir mal, was er da so zu sagen hat dazu. Und die Manaus-Stresslevel für Beständnis. Okay. Furcht. Wunden. Name. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Okay, er singt. Das ist nicht gut. Dann pushen wir ihn mal ein bisschen, würde ich sagen. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst. Bei Menschen. Seit deiner Verhaftung hast du kein Wort gesagt. Wenn du nicht kooperierst, werden sie Gewalt anwenden. Ist es das, was du willst? Oh, jetzt geht er langsam hoch. Sehr gut. Bedrohen. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Ja, so langsam kriegen wir den weiter nach oben gepusht hier. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein. Nein, bitte du das nicht. Ah, das hat wohl gewirkt, ja. Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Hm. Ich kann nicht. Wähle eine Herangehensweise. Ja. Check mal aus hier. Was können wir machen? Unterdruck setzen. Speicher prüfen. Überzeugen. Unterdruck setzen. 28 Stichwunden. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefläht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Bitte. Bitte lass mich hier noch. Schon gut? Schon gut. Mal gucken, dass er nicht so hoch geht hier vom Druck. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Ja, wir sind im optimalen Stresslevelbereich. Verständnisvoll. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut. Und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Okay, gut. Dann nicht. Das kümmert mich das schon. Also, ich stehe hier nicht unter Mordverdacht, oder? Wenn du weiter schweigst, kann ich nichts tun, um dir zu helfen. Sie werden dich komplett abschalten. Dann bist du tot. Verstehst du? Tot. Jetzt muss ich den wieder ein bisschen runterbringen hier. Gucken, ob der will. Ah, guckst du dir mal an, der kommt. Ich tat alles, was er wollte, aber... ...irgendwas war immer falsch. Und eines Tages... ...schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich... ...angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also... ...nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal. Und nochmal. Bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Okay. RA9. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen. An dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Okay. Opfergabe. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. Hm. So, wer ist denn dieser RA9? Würde sagen... ...schrift. Wieso hast du Ich-Leber an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei an nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben. Weil er Unrecht hatte. Okay. Warum hast du dich versteckt? Statt einfach wegzulaufen. Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Das kann man schon so ein bisschen nachvollziehen auf jeden Fall. Was war der Auslöser? Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hatte er mich geschlagen und ich sagte mir etwas. Doch eines Tages begriff ich es war nicht. Wer? Ich fühlte... Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. RA9. Wer ist RA9? Das will er mir wohl nicht erzählen. Ich bin fertig. Chris, schließ ihn ein. Na gut, gehen wir. Geht weg. Fasst mich nicht an. Oh, der Strasslinde geht hoch. Was zur Hölle machst du da? Weg mit ihm. Okay. Komm jetzt. Stell dich nicht an. Du machst es dir nur schwerer. Nein. Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul. Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort. Ich habe dich gewarnt, Arschloch. Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Ist ja... Jetzt wird der Obedroht. Sehr gut. Ah, der Hank wird auf jeden Fall sehr sympathisch, ja? Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte. Nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Die Wahrheit ist innen. Hm. Okay. Die Wahrheit ist innen. 48% haben das Verhör abgeschlossen. So, schauen wir mal, wie viele Leute das so gemacht haben, wie ich das gemacht habe hier. Von denen haben das 46%. Okay. Eingreifen. Ja, so ein paar haben das anders gemacht hier anscheinend. Aber okay. Jeder kann das so lösen, wie er will. Von daher. Überzeugen. Unter Druck setzen. Überzeugen erfolgreich. Android gesteht. Ja. Android gesteht. 61%. Okay. Chris greift ein. Eingreifen. Und so weiter und so fort. Ja, schön. 15. November 2038. 22.58 Uhr. 50. 50. Danke für Ihre Reise mit Detroit Accessibility. Wie die Endstation. Jung, das geht so nicht. Ich bin gerade weggelaufen und zu Hause, das geht nicht. Gibt es keine Endstation. So lange weiterfahren, wie geht. Ich verlasse den Bus. Ja, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Hm. Hm. Das ist aber doof. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Tja, komm. Lass uns mal weiter, Sironia. Du kannst doch nicht stehen bleiben. Komm, Alice, wir müssen noch... So, schau mal, was haben wir denn hier so? Da drüben ist was. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Hm. Der redet nicht mit uns. Auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall nicht sehr freundlich, die Gesellen hier. Ja, komm mit hier. Sehr gut. Das ist immer hier noch so. Da drüben ist was. Da ist was. Gucken wir erstmal hier vorne. R2. Wo ist er? Da. Haut die einfach ab, die gute Dame hier. Komm mit hier. Guck mal, Mr. Müllmann. Persönlich hier. Ruhige Alice. Ja, warum sitzt sie sich denn da hin? Mädel. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay. Mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Hm, Gedankenübertragung anscheinend hier. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Tja, das war wohl nix. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit. Ah, in einem verlachtenden Auto übernachten. Aber ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so die beste Lösung. Das ist wahrscheinlich nicht so die beste Lösung. Wir gucken erst mal, was wir hier noch so haben. Ist das hier so? Da kann man rein. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Überzeuge, den Kassierer zu helfen. Was willst du? Ich und dein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Ach, das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt. Und nicht die Heilsabee. Okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Aus Kasse stehlen. Das werden wir wahrscheinlich erst mal nicht machen. Jetzt haben wir hier noch so ein Angebot. Was ist das da oben? Oh, 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 baby. Stopp, 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 stopp. Zurücklegen. Das ist doch nicht einfach, was mitnehmen hier. Da oben ist da, glaube ich, eine Kamera noch. Was ist das da? Da oben. Habe ich die Kamera gesehen? Kann ich die Kamera dann platt machen da oben? Das sieht jetzt erstmal nicht so aus. Man sieht, man sieht so ein bisschen, wo denn da was ist, anscheinend. Ich glaube, den kann ich nehmen, ohne dass wir mich entdecken hier. Ah, das sieht ganz gut aus. Nehmen wir mal mit das Ding. Oh, etwas gescholen. Sehr gut. Plan finden. Was ist das da? Warte mal. Was muss ich finden? Den Plan finden? Wofür finde ich denn hier einen Plan, wo das wird? Da ist noch eine Kamera. Nehmen, ne, das macht nicht so wirklich viel Sinn. Was ist das hier? Sieht aus wie eine Schere, ne? Herr Kollege, was machst du da so? Ja, die wird auch auf jeden Fall komplett überwacht hier die ganze Ecke. Das ist nicht so gut. Ich glaube, das lassen wir mal. Komm mit hier. Wo ist der? Ja, wir haben lieber ab hier. Da habe ich schon was gestohlen aus der Ecke, ohne dass es einer mitbekommen hat. Man sollte nicht zu gierig werden, denn... Schauen wir mal, was wir hier so machen können. So, was war denn da so? Da ist eine Wirklichkeit. Ne, im Auto möchte ich eigentlich nicht schlafen. Ne, ne, ne. Das Auto gehen wir nicht. Was ist das hier so? Schauen. Das würde sich doch anbieten. Haus besetzen. Aber warte mal, haben wir denn die Möglichkeit, da vorne irgendwie was zu machen? Was ist das da? Steigt ins Auto ein? Ne, das will ich nicht. Das ist da so an der Ecke. Alle eins. Oh ja, ich habe hier was gefunden. Da kann man bestimmt hier vorne an die Ecke rangehen und da was gewohnt machen, oder? Schneiden, jawohl. Da kann man ein bisschen was kappen. Eine kleine Nagelschere hier. Alles in Ordnung? Autsch. Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Hat ein bisschen was kaputt gemacht, anscheinend. Oh. Keine Sorge, wir gehen uns nur um. Ob das so gut war, weiß ich gerade noch nicht. Ich finde einen Weg hinein. Okay, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier vorne. Abreißen. Ist das so gut? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Schauen. Machen wir erstmal. Ich höre auf jemanden. Da ist auf jeden Fall jemand. Oder war das Alice? Wo ist sie hin? Bring Alice ins Haus. Ja, wo ist sie denn? Um Gottes Willen. Alter Fehler. Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzt Ralph. Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht wird sie Ralph verletzen. Was die Menschen dir auch angetan haben. Sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das wird sie nicht tun. Da. Ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Ei, 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 ei. Sieht wohl gar nicht gut aus. Bitte, wir... Wir brauchen dringend Hilfe. Es wäre so nett, wenn wir bleiben dürften. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut sich nicht. Also, der hat ja so ein bisschen was Verrücktes, ne? Ja, du. Man kann es ja mal gucken. Also, ich würde da nicht schlafen, aber es ist auf jeden Fall trocken. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gerne noch bleiben. Aber er hat zu tun. Aha, was macht er denn? Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was besser. Auf jeden Fall ist es erst mal trocken, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist immer noch besser wie im Auto. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Mach ein Feuer und mach ein Bett für Alice. Okay, so, schauen wir mal. Da hinten ist noch irgendwas. Streichhölzer gefunden. Sammle etwas Holz. Da vorne ist auch noch was. Finde etwas Papier. Das war hier vorne, glaube ich, irgendwo. Okay, so, was haben wir noch so? Da ist noch was. Ich würde gerne mal hier gucken. Alter, was ist das denn? Okay, dann lassen wir es mal kurz in Ruhe. Wir würden sagen, gucken wir erstmal hier so ein bisschen. Wunderbar. So, da ist er erstmal warm. Das sollte auf jeden Fall besser wie im Auto sein, alter Väter. Er schreibt hier alles an die Wände dran. Was machst du denn? Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum magst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die ist schon so ein bisschen seltsam drauf, auf jeden Fall. Er zeichnet da als irgendwas in der Wand rum hier. So, Alice, wie schaut's? Wenn's wird mit dir? Finde eine Decke. Mach ein Bett für Alice. Haben wir hier irgendwo die Decke? Da hinten ist was. Also immer noch besser wie im Auto, definitiv. Aber der Typ da ist natürlich so ein bisschen seltsam auch. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht hab ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nicht glücklich? Hm. Ich glaub, das war die einzigste richtige Antwort, die man da geben kann. Da möchte keiner die Wahrheit würden in dem Moment. Und jetzt schlaf schön. Schlaf gut, Alice. Dann haben wir so ein schicker Stoff, die ihr hier aus dem Laden mitgenommen. Danke. Das war mal sehr interessant, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Alice und Cara waren im Haus. Okay, schauen wir mal. 45% haben das gemacht. Alice vom Stuhl aus zusehen 42%. Okay, warum macht ihr sowas? Spielzeug geben 2%. Keine Versprechen geben 1%. Ich sag schon. Also normal gibt man dann das Versprechen. Also Feuer machen, Bett machen. Okay. Ralf folgen. Was ist das? Überzeugen. Ralf treffen. Jo. Schön. Okay.